Bist du wirklich der Meinung, dass du mit deinen 15 Jahren schon alleine mit Freunden in den Urlaub fahren kannst? Schon bist du mittendrin in der Diskussion. Auf so ein Gespräch sollte jeder perfekt vorbereitet sein. Am besten wäre es, du könntest nicht nur deine eigenen Thesen mit Argumenten und Beispielen belegen, sondern auch die Behauptung deines Gegenübers entkräften. An dieser Stelle hat dein Deutschunterricht tatsächlich etwas zu bieten. Bist du schon mal über das Thema Erörterung gestolpert? Dir können drei Formen der Erörterung begegnend sein. Aber nur eine davon hilft dir in solch einem Gespräch wirklich weiter. In einer literarischen Erörterung würdest du Themen aus dem Bereich Literatur und Sprache bearbeiten. Auch die textgebundene Erörterung ist an einen vorgegebenen Text und die darin aufgeworfene Problemstellung geknüpft. Was du im Moment brauchst, ist die freie Erörterung. Dabei lernst du die Position und Gegenposition zu einem Thema selbstständig und ohne Textvorgaben zu durchdenken und am Ende gut begründet eine eigene Meinung zu vertreten. Natürlich wird dir in der Schule das Thema vorgegeben. Aber wenn du einmal verstanden hast, wie es funktioniert, kannst du das Vorgehen auf jedes andere Thema anwenden. Sehen wir uns gemeinsam an, wie eine freie Erörterung aufgebaut ist. Zunächst einmal wird in einer Einleitung kurz das zu erörternde Problem umrissen. Für unser Beispiel könnte das so aussehen. Ab einem bestimmten Alter entsteht bei vielen Jugendlichen der Wunsch, ihren Urlaub ohne die Eltern zu verbringen. Sie fühlen sich reif genug, schmieden Pläne und wollen endlich eigenständig werden. Doch ab welchem Alter ist es wirklich sinnvoll, auf eigene Faust loszuziehen? Können Jugendliche die Herausforderungen und Gefahren einer eigenständigen Reise schon überblicken? In dieser Einleitung stellst du dar, worum es geht und wirfst eventuell schon gezielte Fragen auf. Du machst deutlich, warum es sinnvoll ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ist das Thema klar, kommst du zum Hauptteil. Dieser besteht aus These, Antithese und Synthese. Eine These ist eine Behauptung, die im Folgenden bewiesen oder widerlegt werden muss. Das geschieht durch mehrere Argumente. Argumente sind Aussagen, die zur Begründung der These dienen. Damit ein Argument eine starke Wirkung entfaltet, wird es mit einem Beispiel untermalt. Wie sieht das praktisch aus? Zunächst wird die These aufgestellt. Die Befürworter eigenständiger Reisen von minderjährigen Personen, meist diese selbst, gehen davon aus, dass solche Reisen positiv zur Entwicklung beitragen und das Erwachsenwerden beschleunigen. Dann folgt das erste Argument mit einem Beispiel. Eine Reise erfordert es, dass man sich gezielt mit eigenen Vorstellungen und Wünschen auseinandersetzt. Die Heranwachsenden müssen beispielsweise darüber nachdenken, in welchem Rahmen sie sich am besten erholen oder Spaß haben können. Ein zweites Argument und Beispiel folgen. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Geld wird durch eine solche Reise stark gefördert. So muss vorher genau kalkuliert werden, wie viel Geld für Transport, Nahrung, Unterbringung und Freizeitgestaltung benötigt wird. Auch über die geschützte Aufbewahrung des Bargeldes sollten sich die Jugendlichen Gedanken machen. Weitere Argumente können die Förderung der Kommunikationsfähigkeit und Kompromissfähigkeit sein. In einem Aussatz solltest du ca. 3-5 Argumente aufführen. Es kann auch sein, dass du zu einem Argument mehrere Beispiele heranziehst. Anschließend betrachtest du die Antithese. Sie ist die Gegenbehauptung und muss ebenso durch Argumente und Beispiele bewiesen werden. So könnte das aussehen. Natürlich gibt es Menschen, die die eigenständigen Reisen Minderjähriger ablehnen. Sie sind der Ansicht, diese Reisen seien dem Entwicklungsstand nicht angemessen. Die Jugendlichen haben schon in ihrem Alltag Schwierigkeiten, Grenzen zu erkennen und einzuhalten. Ohne Aufsicht birgt diese noch nicht ausreichend ausgeprägte Fähigkeit Gefahren. So könnten beispielsweise die Entfernung von Wanderstrecken oder die Witterung falsch eingeschätzt werden und zu gesundheitsschädigender Unterversorgung führen. Auch für die Antithese solltest du mehrere Argumente und Beispiele anführen. Den Abschluss des Hauptheits bildet die Synthese. Sie ist die Zusammenfassung aus These und Antithese. Du beleuchtest noch einmal knapp beide Seiten und positionierst dich selbst dazu. Dabei kannst du eine Seite bevorzugen oder aber ein Kompromiss aus beiden aufzeigen. In unserem Beispiel wäre es eine Möglichkeit, Alternativen wie betreute Jugendreisen oder Fahrten in vertraute Umgebung zu nennen. Im Schlussteil gibst du einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen oder die andauernde Aktualität des Themas. Ein möglicher Abschluss wäre, Wie schwer es ist, in dieser Frage zu einer einheitlichen Meinung zu kommen, zeigt auch die offizielle Gesetzgebung. Diese erlaubt es Jugendlichen ab 14 Jahren ohne Eltern, aber nicht ohne deren Erlaubnis zu verreisen. So bleibt es jedem Teenager selbst überlassen, allen Mut und gewichtige Argumente zu sammeln, um die Eltern von seiner Reife zu überzeugen. Überzeugen kannst du immer besser, je häufiger du geübt hast, These und Antithese mit Argumenten und Beispielen zu belegen. Das könnte nicht nur für den nächsten Deutschaufsatz, sondern in vielen Diskussionen hilfreich sein. Vielleicht hilft es dir sogar, eine neue Sichtweise zu bekommen, ehe dich jemand anders davon überzeugen muss.